Ich war so lange auf der Suche, doch das war es wert. Egal wohin du gehst, wir werden niemals getrennt sein. Wir haben es nicht geschafft, um uns jetzt im Stich zu lassen. Das Schicksal brachte uns zusammen. Niemals verloren, niemals gefunden. Sie alle suchen nach dir, Ciri. Dieser Krieg war unvermeidlich. Kämpfen wir. Der Krieg, der sich zusammenbraut, ist nichts verglichen mit dem, was Geralt tun wird, um seine Tochter zu finden. Es muss einen anderen Weg geben. Glaubt an eure Stärke. Wir brauchen euch. Danach gibt es kein Zurück mehr. Als sie einen Urlausser hat, hast du mich? 90 Jahre lang. Dannach will ich mich zu haben? Was die Stärke von mir? Das stimmt, was wir mit dir? Wir brauchen dich zu rettomen. Danke.